Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 30.300 US-Dollar. Wir sind gestern kurzzeitig nochmal unter die Marke von 30.000 US-Dollar gefallen, aber wirklich nur kurzzeitig die Range hält. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass das Ganze nur ein Fake-Out nach oben hingewiesen sein könnte. Werden wir uns auf jeden Fall zum heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen und wie jetzt auch möglicherweise der weitere Fahrplan ist. Long-Positionen sind geplant. Ich bin gerade nur noch ein bisschen vorsichtig und eine Short-Position habe ich auch momentan so ein bisschen im Hinterkopf. Schauen wir uns auch jetzt alles an und ja, noch eine kleine Thematik wegen XRP gestern, weil ich da auch nochmal was gepostet habe, werde ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Doch bevor wir starten, wie immer gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale oder auch irgendwelche Spot-Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Außerdem, gestern kam die neue Folge von Crypto & More Online, Folge Nummer 6, wie legt man Gewinne am besten an, möglicherweise nach dem Bullrun oder etc. Haben wir euch mal ein kleines Musterportfolio, war auch ein Community-Wunsch von jemandem, also hört euch das gerne an. Und weiterhin läuft natürlich die Free-Trade-Aktion von BingX, wollte ich euch nochmal drauf aufmerksam machen, wenn ihr hier 100 USDT einzahlt, das ist der kleine Botschutz dahinter, dann kriegt ihr mindestens 50 USDT als Free-Trade, einmal 20 und einmal 30 USDT Free-Trade. Link ist unten wie immer in der Videobeschreibung. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Charter-Analyse. Wie gesagt, Bitcoin ist gestern kurzzeitig mal unter die Marker von 30.000 USD gefallen, aber an der Gesamtsituation hat sich nichts geändert. Wir haben perfekt den Support der unteren Range-Kante jetzt erst einmal getestet gestern. Es kam dieser Abverkauf nicht wirklich verwunderlich. Wir gehen mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, da haben wir ja gestern schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass dieser Daily-Close jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war, der Yellow vom Deck, wie man so schön sagt. Wir haben kein Höheres hochgekriegt, wir haben die Liquidität drüber abgegrast und drunter geschlossen. Daraufhin dann gestern, angeblich auch, weil Binance 10.000 Mitarbeiter oder 1.000 Mitarbeiter entlassen hat, das würde ich jetzt gar nicht so als mega schwer, weil jede Firma hat Leute entlassen. Wir sind immer noch in einem Bärenmarkt, das muss man auch dazu sagen. Deswegen mehr FAT-News als jetzt sonst was. Ganz normaler Abverkauf. Das Schlimmere war dann eher, dass wir das Golden Pocket nach unten hin verlassen haben. Auch hier haben wir ja gestern drüber gesprochen. Golden Pocket hat nicht gehalten, wir sind in einer 4-Stunden-Candle komplett da durchgeknallt und dann ging es eben an die Unterkante der Range. Und jetzt haben wir uns so ein bisschen wieder aromatisiert in diesem Bereich bei ungefähr 30.300 US-Dollar. Ich habe aber immer noch so ein bisschen die Befürchtung, dass es nochmal so ein kleines Leg-Up nach unten hingehen könnte oder geben könnte. Deswegen kam auch gestern bei 30k kein Signal. Ich gehe eher davon nochmal aus, dass wir entweder sofort nochmal ein bisschen tiefer runtergehen. Also so zwischen 29.800 und ungefähr 29.600 rum. Das ist so momentan die Marke, weil wir halt hier noch ein schönes Low haben mit einigermaßen viel Volumen, welches sich der Markt noch holen könnte. Und deswegen hätten wir dann auch gleich noch eine Bullish Divergence mit dazu. Das sind so momentan so die Dinger, die ich ein bisschen im Blick habe. Schauen wir mal an, ob unser Indikator uns noch was dazu gibt. Und auf den 1 Stunden wartet hier unten, glaube ich, auch der 800 EMA auf den 1 Stunden Timeframe auch so bei 29.600 US-Dollar. Also es würde schon sehr, sehr viel Confluence da unten eben bedeuten. Deswegen habe ich das jetzt nochmal im Blick. Also Long ist so ab 29.700 bis 29.600 US-Dollar jetzt erst einmal in Planung. Natürlich, wenn wir eben diese Bullish Divergence kriegen und diesen Abverkauf. Warum keine Limit Order? Weil ich eventuell auch hier noch einen kleinen Short ein bisschen im Hintergedanken habe. Und zwar, wenn wir uns jetzt hier das FIP-Level ziehen, vom Abverkaufsbeginn bis runter zu unserem derzeitigen Low, könnte nochmal eine Erholung, und da wären wir wieder bei dieser magischen 30.800 bis 31k Marke, dass wir eben nochmal eine kleine Erholung vorher sehen, bevor wir diesen doppelten Boden kriegen. Zumindest bis 30.800. Dort wartet unser Golden Pocket vom Abverkauf von gestern. Oder bis 31k. Und wie gesagt, da wären wir wieder bei der 31.000 US-Dollar Marke. Dort liegt die Ineffizienz, dort hat der Dump richtig Fahrt aufgenommen. Warum? Also das sind die zwei Zonen, die ich jetzt erst einmal für einen möglichen Short auch in Bewegung habe. Sollten wir, und das ist jetzt eben das große Aber, sollten wir zuerst, jetzt machen wir mal das FIP-Level nochmal ganz kurz weg, sollten wir zuerst eben dieses Lower Low hier nochmal kriegen mit einer Bullish Divergence. Daraufhin folgend würde ich den Short hier oben nicht eingehen. Dann gucken wir erst einmal so, wie die ganze Reaktion ist. Und sollten wir dann hier oben abgelehnt werden und wir doch ein bisschen Struggle reinkriegen, können wir immer noch einen Short reinhatchen. Also das ist jetzt momentan erst einmal so ein bisschen die Prämisse, weil ich eher davon ausgehe, dass wir uns dieses Low hier erst einmal jetzt noch holen. Wir haben Wochenende Umsätze sind gering. Das ist jetzt erst einmal so der grobe Fahrplan, den ich mir jetzt erst einmal hier so ein bisschen erarbeitet habe. Beziehungsweise auch für uns dann interessant werden könnte. Die Range an sich hält noch, es hat sich nichts geändert im Gegensatz zu den ganzen Tagen. Also hier jetzt auch keine Riesenpanik oder sonstiges verbreiten. Es ist alles beim Alten geblieben. Deswegen brauchen wir jetzt auch hier nicht tiefer in die Analyse reingehen. Am Plan hat sich auch nichts geändert. Ich gehe weiterhin davon aus, sollte das hier weiterhin so halten. Das sind Kurse 31,8, dieses High hier nochmal abfischen bis ungefähr 32.500 US-Dollar drinnen. Da oben wartet eine Menge Liquidität, Heatmap und sowas. Da liegen eine Menge Selling Pressure hier oben, vor allem bei den 32.500 da. Und dann können wir immer noch in den Korrektur-Modus Richtung 27.000 oder 26.000 US-Dollar reingehen. Jetzt habe ich ja gesagt, ich habe noch eine kleine XRP, nicht News, aber wie ich jetzt weiter vorgehe. Es gab ja gestern, ich habe dann auch das Thema beendet. Mir war das dann auch ein bisschen zu blöd. Ich wollte hier niemanden angreifen oder sowas wegen XRP. XRP-Community ist mega stark. Ich habe auch gestern viel, viel Gegenwind gekriegt gegen die Entscheidung eben, weil wir eben vorgestern bei 0,92 US-Dollar Cent und nochmal einen Verkauf getätigt haben. Und ja, jetzt habe ich mal eine kleine Buy-Liste hier als Beispiel mit in die Gruppe reingestellt, wie ich jetzt weiter vorgehen werde die nächsten Wochen. Also ich habe schon, wir haben insgesamt vier Buy-Orders, die bei XRP noch laufen. Die werde ich dann nach unten hin immer weiter, sage ich mal, vergrößern. Deswegen auch hier so der kleine Buying-Plan für mich. Ihr müsst es nicht machen, wenn ihr cool damit seid, dass ihr einfach sagt, ne, ich halte XRP bis 3 Dollar, ist das auch cool für mich. Es ist nur gut gemeint von meiner Seite. Und mehr will ich zu dem Thema jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Also das sind so meine Ziele eben bei XRP. Ich gehe ganz ehrlich auch davon aus, dass wir eben dieses Low hier nochmal bei den 0,48 fischen. Normalerweise ist es immer so, ihr kennt es bei Doge, ihr kennt es bei vielen anderen Pump-and-Dump-Coins, dass das Ding immer wieder dahin zurückkommt, wo es angefangen hat. Deswegen überstürzt vielleicht jetzt nicht hier FOMO irgendwie hinterher zu rennen. Genießt eure Profite oder steigt halt ein oder nutzt hier möglicherweise auch diesen Spot-Plan. Aber wie gesagt, Positionsgröße wird dann wahrscheinlich wieder bei mir so ungefähr bei 100% sein, so wie sie vorher war, wenn alle Buy-Orders ja abgefischt wurden. Aber eventuell wird auch hier nochmal ein bisschen was dazugefügt. Da schaue ich dann einfach nochmal. Aber das ist nur noch so von meiner Seite. Das soll jetzt nichts mehr so werden. Aber nur für euch als Info eben gerade. Gut, dann gehen wir noch rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier leider gestern doch ein bisschen tiefer runtergegangen. Da habe ich mich dann nicht mehr reingetraut, nachdem wir da komplett durchs Golden Pocket durchgefallen sind. Aber ja gut, im Endeffekt hätte es 0786 das auch getan, weil eben hier die Ineffizienz dann fast gefüllt wurde. Aber das war mir dann gestern ein bisschen zu heikel. Und wir haben ja noch ein bisschen so nach unten Potenzial. Also wenn ihr es hier seht, hier unten ist die 1-Stunden-Demand-Zone. Und theoretisch ist für mich die Ineffizienz dann auch erst hier unten gefüllt. Und das würde dann wiederum gut dazu passen. Der Weg hat grundsätzlich gepasst. Aber wie gesagt, da habe ich mich nicht reingetraut. Wenn wir auch hier nochmal runtergehen, eben dieses tiefere Tiefbilden mit einer Bullish Divergence übers Wochenende, vielleicht erst am Sonntag, die Ineffizienz füllen, 1-Stunden-Demand-Zone und dann die Reise nach oben hin nochmal versuchen. Ja, Reaction Point wäre dann ungefähr, Reaction Point klingt irgendwie cool, wenn wir nach jetzigem FIP-Level gehen, ungefähr hier die 1970 bis 1980, also auch hier eher das 0,786er, wegen der Ineffizienz, die hier nach oben hin noch gebildet wird. Das sind jetzt erstmal so die Level für die nächsten Tage. Je nachdem, was zuerst eintritt, schauen wir jetzt einfach mal, sollten wir jetzt hier oben zuerst hinkommen, dann erst ein Short bei ungefähr 1.980 US-Dollar in Planung. Ja, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin und Ethereum. Wochenausblick werde ich jetzt leider nicht mehr schaffen. Das werden wir dann morgen machen. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, dann machen wir morgen alles in einem Wisch dann mit dem Wochenausblick, Bitcoin-Analyse und sowas. Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, es soll ja heute mega heiß werden. Genießt das Wetter, nutzt die Zeit, kommt ein bisschen runter. Und ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns dann, ja, spätestens morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay good.